Ja, wenn man sich mit Freunden so trifft, dann sagt man sowas wie, hi, wie geht's dir, na, was läuft so, was geht ab hier und wenn man zu Erwachsenen spricht und dann benutzt man mehr formelle Sprache, zum Beispiel, wie geht es Ihnen heute oder sagt, guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend oder gute Nacht, ja, das wäre es eigentlich so. Vielen Dank.